Hallo Lieben, hier ist Christian Schemeier, Paterapeut und Beziehungscoach in Hamburg-Linion hier von München und diesmal wir im Vlog um einige Themen in dieser Welt. Genau, heute mal das Thema, ja, wie weit bist du bereit zu gehen, was bist du bereit zu investieren an Energie in dich und wie teuer ist Co-Abhängigkeit so, ne, also es geht so ein bisschen, also ich hab mir ein bisschen drüber nachgedacht, ich hatte mal wieder irgendwie auf Amazon irgendwas geguckt und dann mal wieder eine Rezension gelesen von meinem, ansonsten natürlich vielen Dank dafür nochmal hervorragend, bewerteten Buch auf Amazon und da hatte jemand geschrieben, das hatte ich glaube ich auch schon mal gelesen bei einer anderen Bewertung, ja, ich geb nur drei Sterne von fünf Sternen, weil es gibt ja auch kostenlosen Content auf YouTube, also wo ich immer so denke, ey, ich bin da immer so am Verzweifeln einer Menschheit, wenn ich so denke, gut, erstmal ist es natürlich Quatsch, ähm, also YouTube-Videos, die ich mache, sind, ja, Erweiterungen, äh, Spezifizierungen von dem Material, was ich in meinen Kursen, in meinen Büchern geordnet auslege, ist ja auch klar und, ähm, und selbst wenn man dann sagt, ja, es ist ja schön, dass es auch kostenlosen Content gibt, warum gibt man da nicht sieben Sterne, wenn das geben wird, also, es ist, ich bin manchmal wirklich am Verzweifeln an der Welt, ich weiß auch nicht, das ist einfach, ähm, und wollte aber mal so einen Dreh nochmal reinbringen, heute hatte ich ja neulich ein Video auch schon mal so ein bisschen gemacht, äh, wie teuer ist Co-Abhängigkeit dagegen, ne, dass man, also vielleicht, was die eigene Entwicklung angeht, so ein Sparhansel ist und selbst die, ich glaube, ähm, ja, mit auch die günstigsten Kurse am, ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch günstigere, aber ich glaube, ich habe wirklich sehr günstige Kurse am Markt, selbst das ist schon zu teuer, Buch ist zu teuer, ähm, und, äh, Sessions, wo wir mal gar nicht drüber reden, ne, brauchen wir alles nicht und, ähm, was sind da die, die Kosten von jahrelanger Co-Abhängigkeit und das sage ich jetzt wirklich auch aus eigener Betroffenheit, also, ich habe bestimmt, weiß ich nicht, also, ich würde mal sagen, also, hohen, fünfstelligen Betrag, so in meine Persönlichkeitsentwicklung und alles Mögliche investiert, wahrscheinlich auch, äh, sechsstellig, ich weiß es nicht, würde aber trotzdem sagen, das wiegt nicht die Kosten auf, die ich mit, ähm, meiner eigenen Co-Abhängigkeit in meinem Leben aufgehäuft habe, so, das ist, ähm, und ich weiß nicht, ob das geht vielen auch so oder, oder man macht sich das gar nicht klar, weil man denkt, ja, ist ja nicht so schlimm, bin ich in einer toxischen Beziehung, bin ich eben ein paar Jahre drin in einer toxischen Beziehung und, ja, es mache ja auch im Einzelfall keine Konsequenzen haben, außer, dass man unglücklich ist, rumholt und, ähm, ja, nicht das bekommt, was man will, gut, davon mal ganz abgesehen, aber man bekommt zumindest Drama und was weiß ich, aber, ähm, ja, aber in vielen Beziehungen ist es dann eben so, man bekommt ein gemeinsames Kind, äh, man bekommt, ähm, man hat, man erwirbt gemeinsamen Besitz und dann geht die Scheiße los, ey, dann versuch mal, mit jemandem, der so narzisstisch ist, äh, mit dem aus gemeinsames Kind groß zu ziehen, jetzt getrennt, äh, Unterhalt zu kriegen, ähm, ähm, Besitz aufzulösen, ja, viel Spaß damit, also, äh, und man ganze, und diese ganzen, äh, wenn dann irgendwelche Bindungsängstler so in Wut kommen, was dann alles passiert und was die dann alles machen und wie man das dann wieder aufräumen muss und, ähm, schönen Dank, also, das hat in meinem Leben, hat das, ähm, Sicherheit einen sechsstelligen Betrag gekostet und es ist noch nicht vorbei, also, ich muss immer noch das ein oder andere aus meiner, äh, Vergangenheit auflösen und, ja, und das geht halt so langsam, weil immer noch, äh, dran festgehalten wird von anderen und was weiß ich und, äh, es ist einfach unfassbar und wenn ich das überlege, bohr, was, was mich das im Leben gekostet hat, mein eigenes co-abhängiges Verhalten, auch, auch an, äh, Beziehungen oder auch an, ähm, Beziehungen, die jetzt einfach nicht mehr tragen, weil die eigentlich auch auf meiner eigenen Co-Abhängigkeit beruht, Brot haben und, äh, ja, also, es ist einfach unfassbar, da kann ich wirklich jedem von euch nur sagen, also, gerade den Jüngeren von euch, die mein Material gucken, ey, macht die fucking Arbeit, ey, wirklich, weil, ähm, das spart euch einfach so viel Geld im Leben, Energie im Leben, es ist einfach unfassbar, so, ne, und wenn ich das mal so zusammenziehe, was das kostet, so, ne, und wie, ähm, wie sehr man vielleicht dann immer versucht, äh, bloß nichts zu investieren in die eigene Entwicklung, ob das jetzt Geld, Energie ist und wo auch immer das ist, also, dann denke ich so, boah, das passt echt überhaupt nicht zusammen und da muss ich wirklich jeder mal ein Spiel gucken, muss überlegen, ist das wirklich einen guten Trade, den ich da mache, so, ne, aber gut, ich hab's früher auch nicht gewusst, aber da gab's auch, äh, kein YouTube und, ähm, oder, weiß ich nicht, also, ja, manchmal, vielleicht gab's irgendwann schon YouTube, aber trotzdem sind heute einfach die Möglichkeiten immer besser und, ähm, sollte man nutzen, ne, und, äh, ein anderer Aspekt, der in eine ähnliche Richtung geht, das ist eben auch ein bisschen, wie mal jemand geschrieben hat unter dem Kommentar von mir, ein bisschen Blutschweiß und Tränen, so, ne, das ist, ähm, dieses sich da rauswühlen aus, äh, unter Umständen fortlaufenden mehreren toxischen Beziehungen, Freundschaften, ähm, so diese Muster umändern, nicht mehr so diese liebessüchtigen Beziehungen führen, ähm, das ist Arbeit irgendwie, ne, es kostet Zeit, es kostet, äh, Energie, man muss sich dann auch zu, zu committen, unter Umständen da jeden Tag was zu machen und, ähm, das ist halt auch so ein bisschen ein, so ein Thema, was, was ich so, also, es ist jetzt eigentlich besser geworden, aber was ich häufig so in Sessions hatte, gerade bei Leuten, die neu zu mir kommen, ähm, was so menschlich ist, aber am liebsten möchte man halt immer so eine Pille haben, dass sozusagen diese Liebeskummer aufhört oder diese Probleme aufhören, man aber möglichst wenig dafür machen muss, so, und so funktioniert es aber leider nicht, ne, es ist, es ist, also es gibt gar schon so, man kann sich schon viel manifestieren, apropos Manifestationschallenge, kann man noch einsteigen, aber, ähm, am Ende des Tages, äh, wirklich diese tiefsitzenden, psychologischen Beziehungsmuster anzugehen, ne, das ist eben auch, äh, ich wüsste jetzt nicht, wie das so mit dem Fingerschnipp geht, und, ähm, und es ist einfach auch ein Zeitalter, wo wir uns unsere alten, vielleicht aus vielen Jahrzehnten oder Vorleben sogar, übernommenen, äh, Muster, müssen wir uns halt angucken, weil die fliegen uns immer wieder vor die Füße, ich kann nicht sagen, ich gucke mir das nicht an, ja, dann kriegst du die nächste toxische Beziehung, die nächste toxische Situation, oder, ähm, also wir kommen da einfach nicht drum rum, weil, meiner Ansicht nach, durch, ähm, äh, gut, ich will jetzt nicht noch so einen ganz großen spirituellen Schleife machen, aber diese Hörschwingung des, unseres Systems hier, kommen, spülen diese Themen immer mehr nach oben und, äh, wollen in die Auflösung gehen, und da kommen wir, da kannst du gar nichts machen, das wird dir immer wieder, ähm, auf die Schnauze fliegen, so, ne, vor die Nase fliegen, und diese Themen wollen angegangen werden, und das bedeutet aber auch, bestimmte negative Emotionen wie Liebeskummer und so einfach mal auszuhalten, ähm, oder auch mal für sich sein, und ich weiß nicht was, ohne gleich sich wieder zurückhuvern zu lassen in so eine Rotzbeziehung, äh, oder, ähm, ja, wieder, weiß ich nicht, nächste, wieder auf Partnerbörse, äh, Absurdistan, Toxistan, 2,0 zu gehen, und sich die nächsten toxischen Partner daraus zu holen, dann will ich wieder beschweren, dass, wie schlimm die Welt ist, und, ja, also, ich, so mit Abkürzungen, ist das, meine, natürlich gibt's kurze und schnelle Wege zu deiner Entwicklung, aber diese kurzen Wege sind halt auch radikal, und die kurzen Wegen fordern halt auch einen radikalen Einsatz von dir, ne, das muss man schon ganz einfach sagen, ähm, aber gut, wenn du irgendwas von diesem Video mitnimmst, dann vor allen Dingen, dieses, Co-Abhängigkeit ist unfassbar kostspielig, also, ganz egal, ob du jetzt irgendwie was, äh, wie du da, dich da raus willst, aber es ist wirklich kostspielig, es kann aber auf die Gesundheit gehen, es kann, ähm, wirklich zu, zu, also, auch wenn du deine Co-Abhängigkeit schon längst aufgelöst hast, kann das sein, dass du noch jahrelang, äh, irgendwelche Konstrukte auflösen musst, wo einfach der, der Minuspol in einem Leben einfach nicht loslässt, und, ähm, ja, dich da rauswühlen musst, und, und das ist einfach, macht einfach keinen fucking Spaß, ne, oder auch all die Leute, die dich nicht respektieren, weil du immer zu nett warst, äh, all der Frust, wenn du dann meinst, du machst so aus, Reim, Herzen, manchmal ist es so, manchmal nicht, machst du was für jemanden, kriegst dann nichts zurück, wirst selber sauer, äh, äh, es ist, ähm, wir leben nun mal hier in der Dualität, und das beinhaltet eben auch, dass man immer gucken muss, äh, passt das hier alles, ne, ist alles so einigermaßen im Gleichgewicht, oder lebe ich hier in einem riesigen Ungleichgewicht, und dann, wenn es Ungleichgewicht ist, muss man halt mal irgendwann was dran machen, da kommt man einfach nicht drum rum, äh, in diesem Sinne, richtig geiler Content, wir werden uns bald wiedersehen, Ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020